Der Reusen 10 Masterclass Röhrenkopfhörerverstärker. Schon mit den Bestnoten bewertet in den verschiedensten Zeitungen und auch in der Frankfurter Allgemeinen Zeitungen. Diese Woche großer Testbericht rausgekommen im LP Magazin, ganz renommiertes Plattenspieler- und Analogmagazin. Vier Seiten Testbericht über den Reusen 10 Masterclass Röhrenkopfhörerverstärker. Und ich will mal hier gleich reinhören. Hier haben wir als Vinylplatte ganz neu von der Unfranked, dieser super kanadischen Sängerin, die gerade auf Europa und Deutschland Tournees ist. Und diese Woche hier sogar nochmal mit dem Zusatz Konzert in Frankfurt auftritt. Ich schläge die mal auf. Einfach mal mitten rein ins erste Stück. Ja, und dann hören wir mal rein in den Reusenzellen Masterclass Röhrenkopfhörerverstärker. Geist dich. Geist dich. Der Reusensee, Masterclass, bestes Bild, bester Ton. Der Reusensee, Masterclass, bester Ton.